Das Bruderloch liegt am Wanderweg durch das Eital bei Wenzlingen im Kanton Basel-Land. Sie gilt als eine der schönsten Höhlen des Baselbiets. Die Carst-Höhle hat eine Gesamtlänge von 208 Metern. Die grosse Eingangshalle ist sehr beeindruckend und lädt zum Verweilen ein. In ihrem hinteren Teil befindet sich ein fliessendes Gewässer. In drei Metern Höhe befindet sich der Abzweiger zum Hauptgang. Dieser führt durch eine niedrige Passage zu einem grossen Gang. Der Überlieferung nach gab es dort grosse Stalagmiten. Leider wurde durch Vandalismus jegliches Tropfsteinmaterial zerstört. Trotzdem ist der Ort einen Besuch wert. Für Familien ist schon die Eingangshalle ein tolles Erlebnis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und die Eingangshalle ein tolles Erlebnis. Die Eingangshalle ist sehr beeindruckend. Die Eingangshalle ist sehr beeindruckend.